Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zurück mit einer weiteren Folge The Isle. Ja, ihr seht richtig, heute nicht mit dem T-Rex und leider allein. Und wir spielen heute einfach mal den Shrike, warum nicht? Sieht der nicht putzig aus? Jetzt ist er noch nicht so gefährlich, aber... Das kommt noch. So, 0,803 bis 1,0. Achso, der kann auch. Auch zweimal wachsen, ja nice. Oha, da bin ich ja mal gespannt drauf. So, rennen. Oha, ich brauche eine Gruppe, Freunde. Ich brauche eine Gruppe. Eieiei, und ich habe mir gedacht, ich... Ab und zu vielleicht mal so einen Pflanzenfresser spielen. Das ist auf jeden Fall auf diesem Server, ja. Na, falls es euch interessiert. So, ich brauche eine Gruppe. Oh Mann. Ich wollte gerade sagen, die Dantino, aber das scheint nur ein Stück Holz zu sein. Wahrscheinlich ein abgebrochener Stamm oder so. Keine Ahnung. So, wie riechst du denn eigentlich? Oh nein. Ich glaube, der hat eine verstopfte Nase, kann das sein? Na, komm. Ah, what the fuck? Heieiei, hier ist ja mega viel. Guck mal, Wasser haben wir. Okay, da gehen wir mal hin, Richtung Wasser. Nahrung haben wir hier ja auch reichlich, da oben auch. Nice. Aber der ist echt langsam. Alter. Kampfkoloss. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Eieiei, warte mal. Vollkott. Wir können mal gucken, wie spät ist es denn. Sechs. Oh, sieben Uhr. Nice. Endlich mal wieder einen Tag aufnehmen. Aber wenn er geht, kann ich nicht riechen. Man muss wirklich stehen bleiben. Das ist, das ist mies. Na komm. Welche Richtung war es? Na, mein süßes Ding. Ja, genau. Da ist das Wasser. Eieiei, ist das putzig. Na, aber allein weiß ich nicht, ob ich das schaffe. Bei Wanderslag. Mal gucken, was macht er denn eigentlich hier? Okay. Oh, habt ihr das gehört? Na komm, nochmal. Ich glaub, die, ungefähr die Richtung. Da haben welche geschrien. Zu 100%. So, ich merke, meiner bekommt langsam Nahrung. Und Stamina fühlt sich ja richtig schnell. Okay. Kein Wunder, dass sie die ganze Zeit weglaufen können. Ja. Da gehen wir hin. Fressen ein bisschen. Und dann wird es dann heiß. Aber zwei ist ein bisschen komisch, ne? Echt? Das hört sich an, als würde er sich ein bisschen verschlucken. Okay. 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 Zwei und drei ist auf jeden Fall richtig nice. Scheiße. Ey. Ey, was ist denn da mit dem Typen los? Das hört sich richtig komisch an. Aber es ist das allererste Mal, dass ich eine Trike spiele. So, ich glaub, da kann man essen. Ich muss schnell eine Kuppel finden. Ansonsten hab ich verloren. So. Oh, wie süß. Oh Gott, ist der cute. Ja. Ach, diese Klubschauben. Ey, dieser Wind. Das hört sich an, als wären da irgendwo die ganze Zeit so komische, was weiß ich. Kleine Dinos, die nur auf mich hier lauern. Ja, Freunde. Ich würde sagen, ich versuche jetzt einfach meine Gruppe zu finden. Und dann würde ich sagen, bis gleich. Meine Freunde. Irgendetwas ist hier vor mir. Ich weiß nur nicht was. Das hört sich komisch an. Keine Ahnung, was das war. Okay, das war Karten-Lido. Glaube ich. Ich glaube, ich sollte hier mal weg, na? Ich weiß jetzt. Ich glaub nicht, dass das Freunde sind, oder? Nee. Ja, ich weiß nicht. Kann das echt nicht einordnen. Ja. Schon wieder zu lange, als ich... Was sind das für Geräusche? Ich muss jetzt einfach nachgucken, ganz ehrlich. Dann ist das halt so. Wann mal, kann der sich hinsetzen oder hinlegen? Okay. Boah, Kampfkoloss setzt sich hin. Oh, mein Stamina ist gleich leer. Eie. Was ist das? Ich erkenne da auch nichts. Ah, ich... Das Server leckt ein bisschen. Man erkennt doch nichts. Höchstwahrscheinlich sind die noch 200 Meter entfernt oder so. Ist ja immer so. Wir gehen da auf der anderen Seite und gucken, was da ist. Ich denke mal, die sind alle beim Wasser. Guckt euch das an. Stamina gleich wieder voll. Oh, oh. Ist das... Ist das ein Felsen oder ein Freund von mir? Man weiß es nicht. Ah, ich glaube, das ist nur ein Felsen. Schade. Wenn ich nur wissen würde, was ich schon alles töten könnte mit dem Kleinen, ja? Oi. Was sind das für Geräusche? Ich bin echt gespannt, was sich dorthinter verbirgt, ne? Na, komm schon. Äh, echt. Ai, ai, ai. Diese Lex hier. Na, mal gucken. Vielleicht kann ich ja durch die Lex hier überleben. Doch, das ist einer von meinen Leuten, oder? Doch, das ist einer von meinen. Kann ich mir nicht anders vorstellen. Ich versuche die ganze Zeit wie bei A in die K-Sicht. Aber es geht ja nicht hier. Komm, komm. Oh. Ah, je, je. Da ist ein Flashwasser. Doch, das ist einer von meinen. Sag ich doch. Das ist einer. Das sind sogar drei von meinen. Nice. Oh, ich glaube, wer hat mich gesehen. Ich glaube, wer hat mich gesehen. Oha, ich glaube, ich muss noch gleich Gruppen-Chat anmachen. Ähm, ich meine natürlich den Allgemein-Chat. Ja, da gehe ich hin. Da gehe ich hin. Freunde, wartet. Oh. Da sind zwei Raptoren. Ähm. Ich schreibe dir mal vielleicht. So. Freunde, ich bin bei euch. Oh, Schatz. Na, komm. Gibt's hier eigentlich I-Turn? Nein. Könnt ihr mal local schreiben? Ah, very nice. Thanks. Ha. Nice. Freunde, wir haben eine Gruppe gewonnen. Geil. Ähm. Keine Ahnung, ob die hier mit dem Fleischfresser zusammenspielen. Keine Ahnung. Nice. So. Dann lassen wir fressen hier. Was machen die Raptoren hier? Oh, die sind schon fast fertig, Freunde. Aber warum sind die so klein? Also hier, meine, äh, kleinen Dinger hier, ähm, sind nur ein bisschen minimal. Also, ja, guckt euch das... Nee, die sind doch nicht kurz zur Sub. Kann ich gar nicht, kann ich mir gar nicht vorstellen. Kann der nicht mal abbauen hier, scheiß Raptor? So, ich muss jetzt erstmal zum... Der da oben ist tot. Und der scheiß Raptor, komm mit zu nah und ich bring dich um. Der da oben wurde umgebracht. Von dem Raptor, glaube ich. Keine Ahnung. Heilige Scheiße, was ist denn hier los? Oder war das einer von meinen? Ach, und wenn. Ist auch egal. Wie putzig das aussieht. Ich denke mal, das war sicherlich recht schwierig, die hier irgendwie auf, ähm, oder kurzes Sub zu bringen. Also, weiß nicht. Mal gucken. In der Gruppe schreiben sie wahrscheinlich nicht so viel. My God, Frozen, äh, Fu, Heure. Okay, komischer Name. Aber, sehr schön. Es gefällt mir, dass wir hier in einer Gruppe sind. So, und jetzt? Warten wir hier, oder was? Oh, die kann wachsen, Orwat. Na komm, zeig. Zeig dich. Na komm, wer von euch möchte wachsen? Ah, 97, okay. Na Gott, du auch schon fast? Aber so groß bist, seid ihr gar nicht. Sind ja recht putzig. Ey, sind alle schon bei 97, 94, 93 und ich. Warte, jetzt schreibe ich mal eine Zahl rein. 84. Oh Gott. Was will denn der kleine scheiß Raptor die ganze Zeit hier, ey? Also, um ehrlich zu sein. Wenn ich die Regeln hier machen dürfte, auf so einem Server. Dann würde ich sowas hier nicht erloben. Denn sowas gab es sicherlich zu dieser Zeit nicht. Selbst wenn die voll gefressen waren. Ich könnte es mir glauben, die hätten dennoch alles hier umgebracht. Die Fleischfresser. Damit die umso mehr Nahrung haben. Ich hätte das Ding jetzt umgebracht. Definitiv. Zu 100%. So, aber ich hoffe, dass sie noch wachsen kann hier. Definitiv. Aber wenn man sich... Wenn man sich hinsetzen kann. Das ist immer recht süß. Ach ja, Freunde. Falls jemand von euch das Spiel Path of Titans kennt. Und zufällig weiß, wann es rauskommt. Schreibt das mal bitte in den Kommentaren unten, ja? Danke. Denn das wird auf jeden Fall auch eines meiner Hauptspiele dann sein. Die ich aufnehmen werde. Es lohnt sich auf jeden Fall. Ist genauso wie die Ei. Könnte wahrscheinlich sogar besser werden. Aber wir werden es sehen. Denn das Geile ist, dort gibt es eine Schneelandschaft. Und wenn man mit einem Stegosaurus zum Beispiel... ...zwischen so einem Baum ist und zuschlagen möchte... ...geht nicht. Denn die Bäume sind dazwischen. Man kann da nicht durchschlagen. Nicht so wie hier, dass man so machen kann. Und das hier? Es funktioniert nicht. Auf jeden Fall. So. Jetzt wollen wir uns mal die Leiche da oben angucken. Ey, ohne Scheiß. Ich mach dich fertig, ne? Eie, das ist ein Sucho sogar gewesen. Ja. Warte, ich mach mit. Ich mach mit, mein Freund. Sieht doch schick aus, oder? Schickes Bild. Au. Jetzt wird schon gefragt, wer hier Female ist. Eie, die geht ja gleich richtig zur Sache hier. Nimm kein Blatt vor den Mund. Also ich nicht. Definitiv nicht. Aber ich muss sagen, die Stelle ist recht leer, ne? Bei 149 Spielern. Mal gucken, kenne ich hier eigentlich irgendjemanden drauf? Ne. Das sagt mir jetzt gerade gar nichts. Hm. Mal gucken. Oh, ich hoffe, wir schaffen das. Also. Die Namen muss ich mir merken, damit ich das, wenn ich das nächste Mal wieder hier drin bin, vielleicht wieder in die Gruppe kann. Das wäre auf jeden Fall richtig nice. Oh, die Sonne, ey. Oh, wie hell. Das ist so angenehm. So. Meine Freunde. Also, ich mach das anders. Tarn sieht so aus. Ne? Man braucht sich je nicht, Tarn. Ihr seht das als selbst in der Ferne. Ist der Rasen weg zum Beispiel. Das heißt, ja, es sieht zwar wunderschön aus, dass, wie er hier drin liegt, aber bringt im Endeffekt nichts. Wenn dann wirklich Bäume oder einen Busch nutzen. Da könnt ihr euch immer gut verstecken, aber, oh. Ach, das da vorne stimmt, das war ein Alu. Der Alosaurus hat, glaube ich, den Suho getötet. Es wird Zeit, dass ihr größer werdet. Wenn die Deiche da hinten weg ist und die weggefressen wurde, eieiei, dann sind wir die Nächsten. Also. Grow schneller. Ein Alu ist zurück. Ad body is so, we gotta stay away. Ja, aware, das stimmt. Da hast du vollkommen recht. Ja, ich, also, ich muss sagen, recht chilly. Recht putzig, das kleine Ding hier. Oh man, aber dennoch, ähm, ja, müssen wir vorsichtig sein. Ich vertraue hier niemandem. Auch diesen kleinen Raptor hier nicht. Ich möchte ihn am liebsten töten. Ich kann eigentlich fast auf rechts klicken. Oh, tatsächlich. Warte mal, links klick? Gar nichts. Ach, ist nur rechts klick. Gut zu wissen. Kill him. Ja, bin ich auch dafür. Töten, los. Ja, leider. Da alles aus. Vorsicht. Kann der auch schwimmen? Die Tonne hier? Gleich mal ausprobieren. Jo. Äh. Das sieht ja cool aus. Ai, ai, ai. Es sieht echt nice aus. Das haben sie wenigstens gut überarbeitet. Sagen wir es mal so. Sieht lustig aus, dieses fette Viech. Ah, es klappt nicht so richtig bei dem Typen hier. Sich zu verstecken. Aber. Warte. Ha. Ha. Also. Ne? Alle, die sich noch nicht so gut bei The Isle auskennen. Das hier nutzt man immer gern zum Verstecken. Was haben sie geschrieben? Oh, dann müssen wir hier weg, ne? Könnt ihr nicht schon wachsen. Guck mal. So schnell wie das hier geht, da können die doch schon längst wachsen. Grow doch mal. Oder. Ne. Er ist noch nicht. Er ist noch nicht. Ein bisschen größer. Nur ein bisschen. Ein bisschen. Ähm. Hallo? Wollt ihr nicht mal wachsen? Nahrung ist doch alles da. Alles, was das Herz begehrt. Also fang an. Margot wurde ja gesagt. Ähm. Ist ja die Älteste hier. Das heißt, sie ist auf jeden Fall. Einer der Ersten, die hier wachsen können. Okay. Ich renne einfach mal hinterher, um ein bisschen zu essen. Es ist safe, bis sie Essen haben. Ja, das stimmt. Ja. Ja. Ich würd sagen, das war's, ne? Äh. Der Body ist weg. Nicht gut. Gar nicht gut. Ja, ne. Der ist weg. Okay. So, jetzt hörst du sie rennen. Leute, die haben kein Essen mehr. Das heißt, wir sind jetzt so ein bisschen, ähm... ...ins Kreuzfeuer gelaufen. Sagen wir's mal so. Na, der Allosaurus wird wahrscheinlich hier irgendwo... ...sich hier verstecken. In nem Busch, oder was weiß ich. Und der kleine Raptor hier, der gibt mir auch ein bisschen auf den Sack. Margot, bitte, jetzt wachs doch mal. Du kannst es schon längst. Oh. Die haben geschrieben. Okay, das sind wieder andere. Ich bleib lieber in einem Gruppen-Shat hier. Na, hier. Margot macht das jetzt genauso wie ich. Schön verstecken. Na, 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 na. Guck mal hier. Versteck dich. Versteck dich. Margot. Sehr schön. Margot, wir müssen uns unter... ...überhalten. Das kann so nicht weitergehen. Ich bin zwar recht neu hier. Aber. Du musst wachsen. Das geht nicht anders. Was denn mit den anderen auch? Die können doch alle schon wachsen. Vor allem... ...das, was ich gut finde... ...was ich wiederum bei den anderen schlecht finde, ist... ...hier geht das recht fix voran. Ich hoffe, das wird auch weiterhin so bleiben. Bei den anderen... ...weiß nicht, kommt das manchmal so vor, als würde es ewig dauern. Oh, mein Gott. Du bist immer noch klein. Oder... ...hat sich... Nee. Sieht immer noch so aus. Kann das sein, dass wir jetzt weiterziehen? Okay. Anscheinend schon. Nee, doch nicht. Die wollen nur Bären fressen. Ah, je, je, je. Hauptsache, keiner bleibt allein. Das ist schon mal wichtig. Na los, jetzt komm. Boah, ja, Mann. Das wollte ich sehen. Ja, sehr schön. Meine neue Familie. Wenn ich es könnte, würde ich hier weinen mit dem Dino. Schätzbar weiter. Geil. Ey, guck doch, das sehe ich an, ey. Nice. Diese Hörner. Ach, falls jemand von euch, wie gesagt, neu ist oder so. Das hier. Der Trike. Ich werde mal so sagen. Der macht so gut wie jeden Fleischfresser fertig. Wenn man ihn richtig spielt. Also, das heißt, wenn man, ich sag mal, angegriffen wird, dann ruhig treffen. Der macht alles zunichte. Das ist der übelste Tank. Ein T-Rex hat auch keine Chance. Der hier muss nur richtig treffen. Man muss wirklich vorsichtig sein. Wenn so ein Ding ausgewachsen ist, lauf. Na, verdammt. Die anderen können doch nicht. Ja. Also, sieht schon mal putzig aus. Ich weiß gar nicht, welche Farbe ich genau habe. Irgendeine helle Farbe. Oh, ich sind... Ja, okay. Das dauert noch bei den anderen. Margot, was versuchst du denn da? Genau. Leg dich mal hin. Ja, äh, das... Äh, war wohl nichts, ne? Na, komm. Das war nichts. Mal gucken, kriegt sie es hin? Ah, das wird nichts. Nee. Das klappt nicht. Ja. Hm. Schade eigentlich. Ja, meine Freunde. Dann würde ich sagen, das war es auf jeden Fall mit einer weiteren Folge. Vi. Wir haben eine Familie gefunden. Wie gesagt, ich muss... ...auf jeden Fall den Namen am besten beibehalten oder aufschreiben. Denn ich versuche das nächste Mal auch wieder mit der Gruppe hier zu spielen. Und wie gesagt, vielleicht sieht man sich hier auf der einen oder anderen Map. Beziehungsweise Server. Wie gesagt, Eila, Nubla, ne? Zwei ist der Server auf jeden Fall. Sieht recht chillig hier drauf aus. Mein Ping ist zwar etwas hoch, aber das ist ja meistens bei den, ähm... Server, die halt keine Ahnung von woher kommen. Ne? Dann würde ich sagen, falls euch die Folge gefallen hat, lasst ein Like da. Schreibt was in den Kommentaren. Also, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüssi. 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 Untertitelung des ZDF, 2020